Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das ist jetzt die zweite Absage auf meinem Kanal und zwar von Fallout 4, weil es ist einfach nicht mein Game. Es ist tatsächlich einfach nicht mein Spiel. Ich kann das nicht. Ich kann euch im Video einfach nicht die ganze Zeit vorspielen, dass mir das Spaß macht, obwohl mich das total ankotzt. Ich bin dafür, dass ich auf meinem Kanal lieber Spiele bringe, die mir tatsächlich Spaß machen. Ich dachte erst, das wäre ein richtig geiles Game, weil ich das beim Freund mal gespielt habe, aber er hat das schon viel länger gehabt und ich hatte mich da ein bisschen überschätzt. Das tut mir auf jeden Fall nochmal sehr leid für die zweite Absage jetzt auf meinem Kanal. Jetzt wird erstmal nur noch Blacklist kommen. Das werde ich jetzt auch erstmal durchsuchten, weil damit habe ich überhaupt kein Problem. Das spiele ich gerne, das macht mir Spaß. Taktisch spielen, so Fallout 4 ist nicht meins. Auf jeden Fall nicht meins. Ähm, genau. Ähm, was für ein neues Spiel kommen wird, das weiß ich noch nicht genau. Würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht irgendwie in die Kommentare schreiben könntet, was ihr von mir sehen wollen würdet. Ähm, dann würde ich darauf eingehen und gucken, was ihr am meisten sehen wollen würdet. Und ich würde es auf meinem Kanal bringen, Fallout 4. Tut mir leid, wird leider nichts mehr. Das auf jeden Fall nicht. Äh, ich gucke dann, was ihr so haben wollt und wenn mir da ein Spiel von wirklich gut gefällt, weil ich will Spaß beim Spielen haben. Ich will nicht irgendwas, was ich schon mal gespielt habe, wo ich die Hälfte des Spiels kenne. Das muss auch wirklich was sein, was für mich neu ist, was ich selbst noch nicht gespielt habe und was mir ganz, ganz toll, also was mir nicht ganz, ganz toll hat, was mir zumindest ein bisschen Spaß macht. Weil, es macht mir ja bei Aufnehmen, macht mir sogar Fallout 4 Spaß, aber ich habe gespielt und ich, das ist einfach nicht mein Spiel. Ich kann, ich, das kotzt mich nur an. Also Fallout 4 macht zwar schon Spaß, aber es hat nur ganz kurze Zeiten für mich, wo es richtig, so ganz kurze Momente, wo es für mich richtig Spaß macht. Und danach auf einmal wird es so richtig scheiße, dann komme ich nicht mehr weiter. Also was heißt nicht mehr weiter? Dann, ähm, komme ich mit der Steuerung nicht klar und dann mit dem Inventar und ich weiß nicht, ich komme, ich komme auf das Spiel einfach nicht klar. Ähm, jetzt werden viele bestimmt sich so denken, ja, egal, dann spiele auch einfach mal mehr, dann wirst du auch irgendwann mal reinkommen. Ähm, habe ich aber keinen Bock drauf. Ich kann, ich mag das Spiel aber nicht optisch. Nein, mir, ich, ich finde das Spiel nicht gut, wirklich. Ich, ich spiele das nicht gerne. Ähm, ich bin auch kein Fallout 4, äh, Fallout-Fan, richtig. Oder so. Ich habe das ja nicht schon ganz oft gespielt oder so. Oder ich habe auch den Vorgänger, glaube ich, nur mal auf der PS2 mit damals gespielt. Also, ich habe es nur gespielt, weil viele gesagt haben, du brauchst die Vorgänger wirklich nicht können oder kennen, aber meiner Meinung nach muss man das auf jeden Fall schocken. Ich überlege mir auf jeden Fall irgendwas für den Kanal, was alternativ kommt. Ähm, schreibt es uns einfach mal in die Kommentare, was kommen soll. Und nein, Minecraft auf gar keinen Fall. Ihr habt es zwar drauf, ich spiele es privat gerne, aber bringen auf meinem Kanal tue ich das nicht. Das machen so viele, das mache ich nicht, das ist Schwachsinn. Ähm, weil es gibt einfach keine Menschen. Warum sollte man sich von mir, dem Minecraft vergucken, wenn man das auch von denen ergucken kann? Versteht ihr? Das macht keinen Sinn. Deswegen irgendwas vielleicht anderes, was man nicht auf jedem Kanal so heftig sieht. Äh, ARK zum Beispiel. Gut, wenn ich meine neue Grafikkarte habe, gar kein Problem. Mache ich. Juckt mich nicht, mache ich sofort. Gar kein Problem. Da lasse ich nicht mehr, da zuckere ich kein Stück. Das mache ich gerne. Denn, äh, ich weiß nicht. Äh, schreibt es einfach in die Comments. Ich bin für vieles offen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lass von mir aus einen Daumen nach unten da. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn du korrekt bist, lässt du einen Daumen nach oben da. Äh, und abonniere mich vielleicht. Guck dir mal ein anderes Video von mir an. Der ist vielleicht nicht den ersten Fallout-Teil, weil den muss ich jetzt gleich erstmal aus dem Internet nehmen. Also löschen aus dem Internet. Und ihr könnt euch dann erstmal mit Blacklist zufriedengeben. Ähm, jetzt muss ich aber noch was sagen. Als Entschädigung werden pro Tag zwei Folgen Splinter's Blacklist rauskommen, bis ich mich für ein anderes Spiel entschieden habe. Ja, äh, bedanke mich für dein Verständnis. Äh, bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao.